So, meine Damen und Herren, jetzt erkläre ich Ihnen, wie mein Beat entsteht, also wie ich ein Beat mache. Das ist sehr schwer. Also, Anfang ist leicht und diese Drums und alles, das ist sehr leicht. Aber, wie kommt dann diese Melodie und die Geschichte und dann der Refrain und sowas? Ey, das ist jetzt eine heftige Geschichte. Wenn ich alles habe, ich habe normalerweise in 20 Minuten alles, was ich brauche. Aber, die Melodie, die dauert ein paar Tage. Also, was ich meine, meine Damen und Herren, zeige ich Ihnen. So, meine Damen und Herren, das ist ein Beat, der ist fertig. Das sehen Sie hier oben. Schauen Sie, ich hatte diese Drums. Ich habe diese Melodie. Ich habe das. Meine Damen und Herren, das bringt Ihnen jetzt nichts. Nichts. Was haben Sie jetzt davon? Nichts. Das können Sie damit nichts anfangen. Sie können damit nichts abwischen, nichts geben. Also, Sie müssen ja jetzt etwas von das, alles, was Sie hier haben, formen. Schauen Sie, das ist hier sehr viele Sachen. Und dann dauert das, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, das dauert. Das dauert Tage. Ich mache mir so an und dann höre ich mir das an. Höre ich mir das an, höre ich mir das an und dann wieder zurück und dann wieder zurück, dann wieder, dann wieder zurück. Dann passt das nicht, dann Refrain passt nicht, das dies, das. Das dauert wirklich so eine sieben Tage, also eine Woche, bis ein Beat entsteht. Aber fertiger Beat bei mir. Also, meine Damen und Herren, hören Sie sich jetzt das an. So, meine Damen und Herren, jetzt haben wir diesen Schema gefunden. Ich habe das jetzt aufgenommen. Jetzt wechseln wir das in der Melodie. Schauen Sie, das sieht jetzt so aus. Jetzt hören wir das mal an, wie sich das anhört. Machen wir jetzt weiter. Also, meine Damen und Herren, Beat ist, also Sample und Rhythmus, alles ist sehr leicht. Also, für mich ist das sehr leicht. Und da verliere ich immer 20 Minuten. Geht alles schnell. Wenn man so 25 Jahre in der Musikbranche ist, dann geht das schnell, glauben Sie mir. Aber machen Sie was daraus. Sie haben so viele Instrumente, so viele Sample, aber machen Sie was daraus. Verlieren Sie sich nicht in diesen Dings. Haben Sie gesehen, wie viel ich da habe? Zeige ich Ihnen nochmal. Schauen Sie, meine Damen und Herren. Und dann, von das muss das entstehen, meine Damen und Herren. Dass das mal anhören kann, dass man da rappen kann oder singen kann. Also, meine Damen und Herren. Beat ist einfach. Aber die Geschichte dahinter ist schwer. Ja. Vielen Dank.